So Leute, das heutige Video ist wieder extrem wichtig. Das Ding ist nämlich, dass viele Menschen bei der nächsten Bitcoin-Bewegung Geld verlieren werden, weshalb wir uns heute unbedingt darüber unterhalten müssen, was ich jetzt für Bitcoin erwarte. Wir sprechen über Bitcoin, Ethereum, die traditionellen Märkte, über die geopolitische Situation und natürlich auch noch darüber, wie ich gestern mal eben 53.000 Dollar Profite gemacht habe. Falls ihr mein gestriges Video geschaut habt, wisst ihr, da haben wir uns ein bisschen über das Trading-Setup unterhalten, darüber, was meiner Meinung nach passieren würde, wenn Bitcoin zur roten Linie kommt und genau deshalb, lasst uns gleich mal anschauen, wie der Trade gelaufen ist und noch viel, viel mehr. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Wie krass war gestern bitte? Also echt schön zu sehen, dass Bitcoin ein bisschen bullische Bewegung hat und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das gerade erst der Anfang ist. Milliardäre kaufen Bitcoin. Es ist Zeit, Bitcoin zu akkumulieren. Wenn ihr keine Bitcoin habt, dann solltet ihr euch eine Strategie zurechtlegen, um welche zu bekommen. Denn in den nächsten paar Monaten, ja, da werden wir richtig, richtig krasse Sachen sehen und vor allem, wenn der nächste Bullrun startet. Was heißt, wenn der nächste Bullrun startet? Ich glaube, wir sind schon in einem Bullrun, aber es wird noch krasser werden. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Kommen wir nochmal zum gestrigen Video. Da haben wir uns darüber gesprochen, da waren wir an dieser Stelle, dass wenn wir zu dieser roten Linie kommen sollten, was meiner Meinung nach wahrscheinlich gewesen ist, aber spätestens zu diesem Zeitpunkt habe ich damit gerechnet, dass wir einen anfänglichen Pullback, eine anfängliche Rejection sehen werden. Ich habe also damit gerechnet, dass wir zunächst mal darüber gehen, dass dann allerdings die Bären wieder die Kontrolle übernehmen und Bitcoin dann wieder nach unten geht. Genau das ist dann auch passiert und tatsächlich ist das nicht nur auf den Charts passiert, sondern ich habe euch auch mehr oder weniger in Echtzeit darüber auf Twitter, auf dem Laufenden gehalten. Macht euch auf richtig großen Widerstand gefasst und dann habe ich das hier nochmal gepostet, als wir wirklich genau bei dieser roten Linie gewesen sind und da durchgebrochen sind. Zumindest kurzfristig. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal diesen kurzen Clip von gestern an, wo wir darüber gesprochen haben, was ich für Bitcoin erwarte, sollten wir zur roten Linie kommen, damit ich euch ein bisschen einfacher erklären kann, wie ich diese 54.000 Dollar gemacht habe. Dann würde ich ganz, ganz ehrlich warten, bis wir dieses Level überquert haben, die rote Linie zur Unterstützung bestätigt haben und dann, dann habt ihr eine Möglichkeit, um nochmal Bitcoin zu kaufen. Sollten wir also nach oben kommen, erwartet eine gewisse Reaktion, zumindest mal eine große Rejection, eine weitere Rejection, das können wir mindestens mal erwarten. Vielleicht sowas und dann würden wir durchbrechen und dann, wenn wir es geschafft haben und eine Rejection gesehen haben, das ist der Zeitpunkt, wo es wahrscheinlich danach aussieht, als können wir dieses Level wirklich überqueren. Okay, das war jetzt das Video von gestern, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich damit rechne, dass wir erst einmal abprallen werden und jetzt würde ich sagen, sprechen wir darüber, wie ich damit Geld gemacht habe. Also, ihr wusstet ja, dass Bitcoin versucht hat, durch diese rote Linie zu brechen. Da haben wir uns ja darüber unterhalten. Auf dem 4-Stunden-Chart sieht das jetzt danach aus, als hätten wir nur eine Kerze gehabt und sind dann nach unten gegangen. Wenn man sich allerdings mal den 15-Minuten-Chart anschaut, kann man sehen, dass das doch ein bisschen anders gewesen ist. Wir sind relativ lange, also wir haben relativ lange versucht, durch diese rote Linie zu brechen und ich wusste auch, dass Ethereum noch nicht bei seinem ganz großen Widerstand gewesen ist, bei 1655. Wichtig, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, müsst ihr darauf achten. Das Ding ist nämlich, dadurch, dass Ethereum hier noch ein bisschen mehr Platz gehabt hat, habe ich geglaubt, dass während Bitcoin die ganze Zeit auf dieses Level trifft, dass Ethereum weiter nach oben steigen würde. Weil klar, Bitcoin kann es momentan nicht schaffen, durch dieses Level zu brechen, aber das ganze Geld sollte dann zu Ethereum fließen. Und genau das ist dann auch passiert. Als Bitcoin auf das 30.000-Dollar-Level gestoßen ist bei Ethereum an dieser Stelle, dann haben wir diesen Pump gehabt und das war eine richtig, richtig schöne Gelegenheit. Weil ich wusste, oder was heißt wusste, aber ich habe damit gerechnet, dass wir es nicht schaffen, über diese rote Linie zu brechen und eine Rejection bekommen. Jetzt dürft ihr das nicht falsch verstehen. Ich bin Bitcoin-Bulle, immer. Ich bin immer bullisch auf Bitcoin. Ich bin allerdings auch ein Trader und wenn ich ein gutes Trading-Setup sehe, dann muss ich das natürlich für mich nutzen. Als Bitcoin also abgeprallt ist und die Liquidität schon nach Ethereum geflossen ist, habe ich damit gerechnet, dass der Pullback für Ethereum größer sein wird, als den wir für Bitcoin haben. Ich hoffe, das macht Sinn, weil wir haben uns bei Bitcoin seitwärts bewegt und Ethereum ist richtig stark nach oben gegangen. Und als wir dann gesehen haben, dass wir die Rejection für Bitcoin bekommen haben, habe ich halt einfach damit gerechnet, dass Ethereum einen größeren Pullback haben würde. Das war die These, die ich aufgestellt habe. Und genau deshalb habe ich für Ethereum eine schöne kleine Short aufgemacht. Man kann sehen, ich habe noch nicht alle Profite genommen. Die meisten Profite schon, aber ein kleines bisschen ist es noch offen. Und ich habe gestern 53.000 Dollar Profit genommen. Jetzt gerade sind wir noch fast 1.000 Dollar im Profit. Die große Frage ist, was werde ich als nächstes machen? Weil, klar, wir haben diesen Pullback für Bitcoin gehabt. Auch Ethereum hat den Pullback. Ich habe die Profite mitgenommen. Doch was erwarte ich jetzt als nächstes? Warum habe ich diese Short noch geöffnet? Naja, wenn man sich die traditionellen Märkte anschaut, kann man sehen, hier befinden wir uns an einem ganz, ganz wichtigen Level. Die traditionellen Märkte schließen also gerade bei dieser roten Linie, mit dieser fetten roten Kerze. Die traditionellen Märkte werden jetzt morgen Abend wieder öffnen. Und diese rote Linie, die wir hier haben, ist halt nicht, mit der man scherzen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Wenn wir nämlich mal auf den Weekly Chart schauen und uns die Geschichte angucken, kann man sehen, dass das ein Level ist, wo wir mehrfach auf dem Weg nach oben abgeprallt sind. Und als wir dann einmal nach oben gegangen sind, haben wir das als Unterstützung bestätigt. Wir hatten einen großen Pullback, wo wir nochmal ganz kurz vor dieses Level gegangen sind und einen richtig, richtig großen Bounce gehabt hatten, bis zum Allzeithoch. Auf dem Weg nach unten konnte man das Gleiche sehen. Wir sind nach unten gegangen und das war das erste Level, wo wir richtig starke Unterstützung gehabt hatten mit einem schönen, fetten Bounce. Dann, als wir einmal nach unten durchgebrochen sind, hier an dieser Stelle kann man das ganz gut sehen, da haben wir dann halt eben angefangen, richtig, richtig stark nach unten zu gehen. Aus diesem Grund, das ist für mich sowas wie eine Trendwechselzone. Also wenn wir da durchbrechen, dann haben wir einen Trendwechsel. Das bedeutet, sollte das am Sonntagabend nicht halten, dann können wir erwarten, dass wir weitere Pullbacks für Bitcoin und Ethereum sehen, weil klar, natürlich geht Bitcoin momentan nach oben und alles sieht eigentlich mega gut aus. Doch die Frage ist nur, wie viel kann Bitcoin nach oben steigen, wenn die traditionellen Märkte einen echt großen Crash haben. Deshalb warte ich momentan. Macht mir auch momentan nichts aus. Ich habe ja so oder so schon die meisten Profite aus meinem Trade mitgenommen und bin mehr oder weniger ausgestiegen. Die Position, die ich noch offen habe, ist relativ gleich, relativ klein, wenn man die mal mit dem Anfang vergleicht. Aber das Ding ist nur, wenn wir sehen sollten, dass dieses Unterstützungslevel hält und wir haben einen großen Bounce, dann könnte das wirklich genug für uns sein, dass wir auf der Bitcoin-Chart durch diese rote Linie brechen. Hoffentlich die rote Linie als Unterstützung bestätigen können, denn wenn man sich einmal Bitcoin anschaut, kann man sehen, dass wir momentan einen Trend etablieren, dass wir Higher-Lows machen. Wir machen also momentan eine gewisse Dreiecksformation. Kann man eigentlich ganz gut sehen. Direkt unterhalb diesem großen Widerstand haben wir eine Dreiecksformation. Wir konsolidieren darunter, was eher eine bullische Sache ist. Es sieht also danach aus, als wollte Bitcoin sich dazu entscheiden, nochmal einen kleinen Sprung nach oben zu machen. Genauso wie ich damals auch erwartet habe, dass wir an dieser Stelle an der roten Linie erst einmal abprallen werden. Deshalb, ich bin immer noch bullish und wenn die traditionellen Märkte halten können, dann könnten wir auch weiter nach oben gehen. Das Unterstützung bestätigen, dieses ganz, ganz wichtige Unterstützungslevel oder noch Widerstandslevel und das könnte uns dann den Weg geben, dass wir weiter nach oben gehen. Außerdem sollte dann Ethereum einen schönen Pump haben und auch Ethereum könnte zu diesem Level nach oben gehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn die traditionellen Märkte halten, dann werde ich höchstwahrscheinlich diesen Trade hier komplett rausnehmen. Also ich werde aussteigen. Sollten wir allerdings eine massive Kaskadierung nach unten sehen, ja, dann werde ich bei dieser schönen Short noch weitere Profite machen können. Deshalb nochmal, ich bin bullish auf Bitcoin, ich bin bullish auf Ethereum, aber ich versuche einfach nur diese kurzfristigen Strings für mich zu nutzen. Außerdem eine andere Sache, die wir noch erwähnen müssen, ist, dass Öl sich immer noch in einem Aufwärtstrend befindet. Achso, im Übrigen, falls ihr selber traden möchtet, falls ihr beim nächsten Trade mitmachen möchtet, falls ihr mein Video von gestern nicht gesehen habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke und meldet euch für die besten Einzahlungsboni an. Hier haben wir 30.000 Dollar. Hier haben wir bis zu 60.000 Dollar auf OKEx. Wenn ihr auf den Link klickt, dann auf Join Now, könnt ihr das Ganze bekommen. Und wo wir schon mal bei OKEx sind, lasst uns mal die Bitcoin-Bots oder die Bots allgemein anschauen. Die Ethereum-Bots halten immer noch ihre Position, haben immer noch keine Profite genommen, aber Bitcoin 40%, 30%, also die Bots laufen immer noch mega, mega gut. Insgesamt haben die auf jeden Fall richtig, richtig schöne Profite. Und falls ihr diese Trading-Strategien selber benutzen möchtet, geht in die Videobeschreibung. Mit einem einzigen Klick könnt ihr in einem One-Click-Setup diese ganzen Bots benutzen. Natürlich, wenn ihr euch einen OKEx-Account gemacht habt. Zu guter Letzt will ich euch nochmal zeigen, dass Bitcoin nur noch 6% vom Jahreshoch entfernt ist, wenn man es mit dem S&P 500 vergleicht. Bitcoin läuft also in letzter Zeit richtig, richtig gut. Gerade mal noch 6% von einem neuen lokalen Hoch entfernt. Wie gesagt, wenn man es mit dem S&P 500 vergleicht. Das ist also schon mal eine richtig schöne Sache. Ich glaube auch, dass wir dieses Level irgendwann erreichen werden. Es gibt momentan richtig schöne Aufwärtstendenzen für Bitcoin. Lass mich das mal ganz kurz wegnehmen. Und dann will ich euch eine Sache auf dem Wochenchart zeigen. Und zwar, Moment, so. Ich zeige euch wieder mal die Moving Averages. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die man immer im Auge behalten sollte. Wenn wir es schaffen sollten, auf dem Weekly-Chart so zu schließen, über all diesen wichtigen Moving Averages, und es ist gerade mal nur noch ein Tag Zeit, dann wird das mega, mega bullisch sein. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.